Hi, Thomas hier. Ein wichtiges Wort noch vorweg. Ja, das Thema der heutigen Folge ist ein Downer und ist vielleicht nicht so das Eskapismuspotenzial, das ihr euch vielleicht vom Dropcast für diese Woche erhofft habt, aber auf der anderen Seite fanden wir es wichtig, über das Thema Coronavirus auch in Bezug auf unsere Szene zu reden, nicht weil wir glauben, dass wir da unglaubliche Einsichten haben, die sonst keiner hat oder wir irgendeinen Hottake hatten, den es zu teilen lohnt, aber weil wir eine Reichweite haben und damit verbunden eine gewisse Verantwortung. Es gibt aber eine Sache, die sagen wir in der Folge nicht explizit und deshalb möchte ich sie auf jeden Fall explizit vor dieser Folge gesagt haben. Wir sollten auf keinen Fall eure primäre Quelle für das Themenfeld Coronavirus oder Covid-19 sein. Wir sind zwei Typen, die beruflich Rollenspiele machen. Wir sind keine Mediziner. Wir sind erst recht keine Virologen. Und auch wenn wir an einer Stelle so ein paar Eckpunkte umrissen haben, glaubt uns die nicht unbesehen. Möglicherweise ist das zu dem Zeitpunkt, wo ihr das gehört, sowieso schon wieder alles veraltet. Glaubt Experten. Dafür haben wir sie. Wenn es jene Zeit gegeben hat, wo es sich lohnt, auf Experten zu hören, dann ist das jetzt. Und wenn ihr wirklich keinen Bock auf das ganze Thema habt und schon die Nase voll habt von allem, was mit Corona zu tun hat, in 14 Tagen sind wir wieder am Start mit einem normalen, gut gelaunten, klassischen Dorpcast-Thema. Heute ist auch nicht alles dröge, versprochen. Und in diesem Sinne, trotz allem, viel Spaß auch heute mit Episode 155 des Dorpcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 155 des Dorpcast. Immer mehr haben wir uns heute hier versammelt, über Dinge zu reden, die im weiteren Sinne mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopje-Mingas, guten Abend. Zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute? Rollenspiel in Zeiten der Krise. Und was kann man da überhaupt machen? Genau. Corona. Ich bin mir sicher, viele von euch können es zu diesem Zeitpunkt, an dem ihr das hört, schon gar nicht mehr hören. Wir nehmen das jetzt am Montag auf, wie meistens. Das bedeutet, wir sind gewissermaßen noch sehr geprägt von den Eindrücken der beschlossenen Maßnahmen vom vergangenen Wochenende, die vielleicht, wenn ihr das hier hört, mit der Realität schon gar nichts mehr zu tun haben. Wer weiß das schon. Die Sache ist, wir fanden es trotzdem wichtig, darüber zu reden und auch auf die Gefahr hin, dass ihr euch dann denkt, boah, dann höre ich euch als nächste Folge wieder. Das ist okay. Aber es ist, denke ich, ein Thema, das uns alle umtreibt und das auch das Hobby dieses Jahr noch eine ganze Weile umtreiben wird. Und insofern, wer wären wir, wenn wir nicht drüber reden würden? Jedenfalls nicht wir. Und drum sitzen wir hier und nehmen das auf. Noch ein Hinweis. Wir nehmen diese Folge aus technischen Gründen. Also mein Internet ist gerade weg und ich zumindest bin jetzt hier über meinen iPhone-Hotspot verbunden. Wollen wir mal gucken, ist vielleicht zumindest ein Grund, die Folge nicht allzu lang werden zu lassen, weil ich verballere hier gerade Datenvolumen. Machen wir nur ein Medium. Ne, wenn wir zwei Medien haben. Wir wollen hier am falschen Ende sparen. Aber um erst mal über Dinge zu reden, die waren, da wäre zum Beispiel Feedback. Du hast dir die Kommentare zur letzten Folge eben nochmal angesehen, während ich versucht habe, den Router neu zu starten. So ist es. Wir haben dankenswerterweise von euch sehr umfangreiches und auch sehr inhaltlich qualitativ hochwertiges Feedback zu unserer letzten Episode bekommen. Ihr wart nicht nur relativ zufrieden mit der Episode, sondern habt es auch noch geschafft, dann auch noch sinnvolle Ergänzungen und Rückfragen darin zu halten. Wir werden das auch noch in den Kommentaren genauer beantworten. Wir danken uns aber auch schon mal für Hinweise wie zum Beispiel Reign, das Rollenspiel, das sich tatsächlich nur um Herrschaft dreht, was ich auch hier stehen habe, was ich auch auf meiner Liste habe, wozu mir aber absurderweise nicht mehr gekommen sind. Weil das ganze Spiel dreht sich darum, dass man auf jeden Fall immer Herrschaft ausübt auf eine Gruppe und zwar in verschiedenen Ebenen. Ja, ich hatte es tatsächlich nicht auf dem Schirm, obwohl ich es eigentlich kenne. Also Asche auf meinem Haupt, dass es bei mir einfach durchgerutscht ist. Aber ja, Reign. Also nicht wie der Regen, sondern Herrschaft. R-E-I-G-N. Herrschaft, genau. Ja, ansonsten wurdest du in irgendwelchen Kommentaren oder irgendwelche Social Media, ich weiß nicht mehr, irgendwo wurdest du auf jeden Fall korrigiert, dass die Gegend der Sturmgeborenen-Kampagne die Hardorper-Ebene ist, in der das Ganze spielt. Nicht die Badorper-Börde. Also mein Gott, das klingt doch alles gleich. Ja, ich fand es eigentlich auch nur wichtig zu erwähnen, weil das Wort Dorp drin vorkommt. Ja, gut. Verlierter Punkt. Ja. Ja, aber gut. Crowdfundings gibt es derzeit wenig. Was es noch gibt, ist Spire von System Matters. Das haben wir letztes Mal schon thematisiert. Ein Spiel, das in einer Stadt spielt, die in einem riesigen, riesigen, riesigen Turm errichtet wurde. Und in dem man Dunkelelfen spielt, die von Hochelfen unterdrückt werden und die jetzt quasi in den revolutionären Untergrund gehen, um da das Regime zu stürzen. Spire heißt das gute Stück. Und das Crowdfunding läuft noch bis zum 28., glaube ich. Lasst mich kurz nachgucken, dass ich nicht lüge. Bis zum 28. März. Und da ist noch Weg zu gehen, fürchte ich. Also es liegt derzeit heute, Montag, bei 5.731,45 Euro und die Zielsumme sind 9.000. Das PDF kommt aber auf jeden Fall und es geht nur darum, nur in Anführungszeichen die gedruckte Ausgabe zu finanzieren, oder? Genau, völlig richtig. Das ist auch mein Wissensstand. Aber ich hätte das eigentlich schon gerne gedruckt auf dem Markt. Na, wollen wir mal gucken, ob da vielleicht noch was geht. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. A, möglicherweise ist zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, auch ein Ulysses Crowdfunding gestartet, aber Corona und keiner weiß, was genau ist. Deshalb wollen wir das gerade einfach mal. Also seht ihr ja entsprechend. Bevor aber Corona über die Welt kam, kamst du zum Weltenwerkerkonvent. Ja, das war vielleicht eine noch der letzten größeren Rollenspielveranstaltungen, die eben noch nicht davon betroffen waren oder noch okay waren. Die fand schon die letzten Jahre immer mal wieder in der Nähe statt, tatsächlich in Dreieich, in dem Bürgerhaus, wo auch die Dreieichkont stattfindet. Damals aber noch als Laubwerkerkonvent. Als Laubwerkerkonvent. Die hat es sich jetzt aber zur Aufgabe gesetzt, so, hm, das mit der neuen RPC hat ja irgendwie nicht so geklappt. Lass uns doch mal probieren, ob wir das unser Themenfeld nicht etwas erweitern können. Und sie haben sich auch hier in Hessen, in Gießen, die kleinen, wesentlich kleineren Messehallen gemietet und haben einfach mal probiert, da entsprechend reinzukommen. Und ich muss sagen, das fand ich durchaus eine ansprechende Convention. Es gab eine große Händlerhalle, in der ich die meiste Zeit war. Es gab eine Halle, in der gespielt wurde. Es gab eine Halle für Künstler. Es gab Hallen für Lapa und Veranstaltungen. Also die Orkenspalte haben da über zwei Tage durchgängig von der Messe gestreamt und ein Programm gehabt. Die Star Wars Mandalorianer waren da und haben da mit tollen Kostümen durch die Gegend gelaufen, inklusive Wookie. Hallo Steffen. Pegasus war mit Demorunden da, hat Sachen gegeben und eigentlich waren fast alle Rollenspielverlage Deutschlands da. Also Prometheus Games habe ich nicht gesehen und Uhrwerk war nicht da, weil am gleichen Wochenende auch die HeinzCon im Norden Norddeutsch stattfand. Aber ansonsten hat man da die Möglichkeit, auf sehr kleinem Raum, aber mit einer tollen Atmosphäre, jede Menge Leute zu treffen. Die Besuchszahlen waren vermutlich nicht so hoch wie gedacht, weil Corona. Sie hatten auch noch das Problem, dass bei den Veranstaltern die meisten der Helfer kurzfristig dann abgesagt haben, eben wegen Krankheitsgründen, sodass sie diese Messe, von der ich immer noch keine Besucherzahlen kenne, aber dann nur mit vier Leuten machen mussten. Also vier Leute als Helfer auf der Messe, das ist so die Größenordnung der Drakon mit 60 Besuchern. Ne, wir haben mehr. Also mehr Helfer, nicht mehr Besucher. Genau, deswegen großen Respekt an die Leute, die das wirklich geschafft haben durchzuziehen. Sie haben am Ende so eine Übersicht gegeben, dass jeder von denen wohl über die Veranstaltung von Freitagabend bis Sonntagabend so um die 75 Kilometer zurückgelegt haben muss. Das lässt sich ja bei Handys relativ leicht tracken und die sagen jetzt ja, vielen Dank für das Feedback. Wir gehen jetzt erstmal schlafen, mehr Infos gibt es in den nächsten Wochen. Super, ja, für Ulysses denke ich hat es sich auch noch gelohnt. Es ist vor uns ja nicht mal eine Stunde Fahrt vom Verlagsgebäude entfernt. Wir waren aber auch nur im kleinen Stand da, weil nach den Erfahrungen der CCXP wollten wir dann nicht wieder so direkt mit meiner neuen Veranstaltung groß aufschlagen. Aber ich war nur mit einer Kollegin da und ich denke, ja, das hat sich auch für Ulysses gelohnt. Und wir, sollte das nächste Jahr wiederkommen, sind wir hoffentlich wieder da. Ja, Grüße an die Kollegin Katharina Wagner, eine unserer 5-Euro-Mäzene hier beim Topcast. Patronesse. Patronesse, genau. Ja, du sagtest schon, am gleichen Wochenende war die Heinz-Con oben im Norden-Norddeich und ich hätte die Möglichkeit gehabt, zum Heinz-Con zu fahren. Ich war aber krank. War es Corona? Nein, war aber trotzdem krank. Und dann das Wochenende danach war Kaiser Roll-Convent und ich hätte da eigentlich hingesäult, aber ich war immer noch krank. Und dementsprechend wird der Convention-Block in dieser Folge kürzer ausfallen, als wir das in der Vorplanung vielleicht noch vermutet hatten. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Du hast es schon angesprochen, Corona und so. Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist ja im Prinzip ohnehin der Drops gelutscht, weil die Bundesregierung für alle Länder mit den Chefs aller Ländern die Empfehlung rausgegeben hat, einfach mal alle nicht zwingend notwendigen Veranstaltungen bis irgendwie... In der Bundesregierungserklärung ist nicht mal ein Datum genannt, erstmal einfach abzusagen. Das betrifft natürlich auch die DRAKON. Die DRAKON war auch vorher schon betroffen, weil die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen bereits am Samstag ein solches Schreiben veröffentlicht hat, das halt entsprechend einfach gesagt hat, nö. Und das hat uns im Prinzip nur eine Entscheidung abgenommen, die wir eh schon getroffen hatten, weil die Städteregion Aachen hatte auch eine Checkliste rausgegeben mit Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut, ob entsprechend eine Veranstaltung durchgeführt werden könnte, sollte oder lieber abgesagt werden sollte. Wir haben die auch für die DRAKON ausgefüllt und das ist aus verschiedenen Gründen gar nicht mal so gut ausgegangen für uns. So Faktoren sind beispielsweise sowas wie gut belüftete Räume, weil wer die DRAKON-Location in Paustbach kennt, gerade einige dieser Räume sind das Gegenteil von gut belüftet. Und mein Mitorganisator Lars unkte zu noch, wir wären quasi dann das Rollenspiel-Äquivalent einer Masern-Party, aber das braucht ja keiner. Und dementsprechend, ja, die DRAKON-14 ist nicht abgesagt, sondern verschoben, weil es wird ein Tag kommen, an dem man wieder Conventions machen kann. Und an diesem Tag machen wir wieder eine DRAKON, also vielleicht nicht direkt am ersten, aber dann machen wir wieder eine DRAKON. Ich hoffe, dass der Tag wiederkommt, in dem wir Conventions machen können. Wenn nicht, haben wir nämlich ganz andere Probleme. Ja, gehen wir einfach mal davon aus, dass die ganze Sache nicht komplett in den Ventilator fliegt. Das ist zumindest momentan meine Basisannahme, weil sonst wüsste ich nicht, auf welcher Basis du Annahmen derzeit treffen solltest. Und wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal davon aus und die DRAKON kehrt dann entsprechend wieder und die kriegt dann auch ihr Goldfisch-Motiv wieder und dann gibt es dann noch die ganzen Sachen, die wir geplant hatten dafür. Aber derzeit ist es einfach aus unserer Sicht nicht durchführbar, also weder rechtlich noch, selbst wenn es erlaubt wäre, mit den Erkenntnissen, die wir jetzt gerade Anfang dieser Woche noch bekommen haben. Nee, nee, einfach nee, das ist es nicht wert. Und ja, das ist so der Ist-Zustand bei der DRAKON. Wir sind darauf hingewiesen worden, als die Welt noch normal war, auf eine Convention hinzuweisen, die am selben Wochenende stattgefunden hätte in Paderborn. Das war die, hilf mir. PADERKON. Genau. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, aber halt auch nur der Geste halber, weil die genauso nicht wird stattfinden können, wie die DRAKON halt auch. Ich habe eben noch auf deren Seite geschaut, was der aktuelle Stand ist, damit wir darauf hinweisen können. Allerdings findet sich darauf kein Hinweis. Allerdings wird die genauso unter der Regentschaft der Bundesregierung und der Einschränkung stehen wie alle anderen. Und daher denke ich, dass die auch ausfallen wird. Ja, und ich möchte an der Stelle auch nicht missverstanden werden. Ich unterstütze diese Entscheidungen auch voll und ganz. Wir hatten auch, das betrifft jetzt den Dropcast nicht unbedingt, aber an dem Freitagabend des besagten Wochenendes den Trainingsbetrieb unseres historischen Tanzvereins eingestellt. Bis erstmal Ende Sommerferien, also das Ende Osterferien, selbe Zeitfenster, wie auch die Schulschließungen zu dem Zeitpunkt schon in Aachen bekannt waren. Weil ja, es gibt das Szenario, dass diese Situation völlig hochgekocht wird und wir das völlig überschätzen. Aber ich denke, rein rational betrachtet ist es nicht, das ist nichts, worauf ich pokern würde. Sondern gehen wir einfach mal davon aus, dass die ganzen Fachleute recht haben mit dem, was sie sagen und dass wir die Sache ernst nehmen sollten. Weil dafür haben wir die Fachleute. Und dementsprechend ist es, denke ich, auch einfach sinnvoll, sich da jetzt mal dran zu halten. Auch wenn es halt akut erstmal scheiße ist. Und das wird uns ja gleich im Thema dieser Folge auch nochmal einholen, denke ich. Werden wir sehen. Aber, wenn wir jetzt alle zu Hause sitzen und nichts tun können, ist es ja quasi die perfekte Zeit, um Medien zu konsumieren. Und solche Medien können wir euch empfehlen. Zwei an der Zahl. Magst du anfangen? Ich habe auf der Xbox One Injustice 2 gespielt. Das ist die Weiterführung der Prügelorgie von den Netherrealm-Machern, die auch Mortal Kombat sich verantwortlich zeigen. Allerdings prügeln sich hier die DC-Helden. Und es ist eine direkte Fortführung von Injustice 1, das ich ja hier auch schon vorgestellt hatte. Also heißt es, Superman ist immer noch ein totalitäres Arschloch, der einfach gesagt hat, so, die Welt ist ein viel besserer Ort, wenn ich eigentlich ein Diktator davon bin und dafür sorge, dass kein nichts Böses mehr passiert. Der ist allerdings eingesperrt worden. Und jetzt gibt es aber eine große Bedrohung. Brainiac kommt nämlich aus dem Weltall runter und möchte eigentlich die Welt verschnabulieren. Genauso wie er es damals mit Krypton gemacht hat. Also offensichtlich in dieser Zeitlinie. Und die versammelten Superhelden überlegen, dann können wir uns Brainiac selbst entgegenstellen oder müssen wir Superman befreien, weil er ist ja auch dagegen und er versucht halt, die Erde zu retten. Aber was wird er danach tun? Ja, erstmal eine interessante Prämisse, die auch dann bei den ganzen Helden dann zu Diskussionen führt, was man macht und was nicht. Aber eigentlich geht es darum, sich auf die Frennauze zu hauen. Und das sieht wieder fantastisch gut aus mit den verschiedenen Helden und Schurken, die man dann gegeneinander antreten lässt. Und auch die Helden sind sich gar nicht so eins, wie man das vielleicht von der moralischen Komponente aus glaubt. Und verprügeln sich auch schon mal gegenseitig, weil es werden halt neue Linien gezogen, wenn es darum geht, Superman zu befreien oder nicht. Und das sieht verdammt gut aus. Und wer die Leute hinter Mortal Kombat kennt, weiß auch, dass das Kampfsystem eigentlich ganz gut funktioniert. Auch hier kann man wieder relativ einfach dann super Attacken mit RT und LT, also den beiden Schultertasten, auslösen, wenn eine Poweranzeige voll ist, die eben nicht nur sehr gut animiert ist, sondern auch, ja, ordentlich Schaden macht. Der Großteil der Handlung wird dabei aus der Sicht von Batman erzählt. Und deswegen hat man auch, also ich habe wirklich, wirklich, wirklich oft jetzt gesehen in diesem Spiel, wie Batman einen Gegner mit einem kleinen Wetterballon an die Wand nagelt und dann, dass der droht, wegzufliegen. Dann seinen Batwing holt, der den einsammelt, nach oben schießt, das Seil durchtrennt und dann auf dem Weg nach unten noch mit Raketen und MGS behakt. Wie Batman das eben machen würde, ne? Und dann der Gegner aufschlägt und irgendwie so ein Drittel seiner Lebensenergie verloren hat. So, wow. Und diese Effekte sind durchaus auch unterschiedlich in, also nicht im Schaden, aber doch auch in dem Powerniveau, das gezeigt wird. Wer in Harley Quinn dann vor allen Dingen Hyänen ruft und dann mit dem Baseballschläger auf dein Gesicht aus subjektiver Kamera dann einschlägt, haut dich Supergirl in die Umlaufbahn der Sonne und rammt dich dann durch mehrere Asteroiden auf die Erde zurück. Ja. Das mag vielleicht zu narrativen Problemen führen, weil einige von diesen Leuten halt eigentlich so etwas nicht überleben sollten, sieht aber trotzdem total toll aus und macht Spaß. Die Charaktere können, um noch weitere Motivationsgrundlagen zu bieten, neben dem Kampagnenmodus, der immer wieder dann abwechselnde Charaktere bietet, auch Stufen aufsteigen, die sammeln Erfahrungspunkte in den jeweiligen Schlachten. Außerdem gibt es so Kisten mit sammelbaren Ausrüstungsgegenständen, die Werte verbessern, dann noch eins zu sammeln und dann gibt es komplette Sets und, und, und. Und man kann also da wirklich, 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 wirklich viel Zeit damit verbringen, seine Charaktere hochzuleveln, Ausrüstung zu sammeln, Events auf verschiedenen Planeten des Multiversums zu begehen und dann andere Leute zu verprügeln. Besondere freischaltbare Sondercharaktere wie die Ninja Turtles dann treffen. Mhm. Ja, großer Spaß. Der Story-Modus hat mir auch tatsächlich viel Spaß bereitet, auch weil du öfters mal wieder zwischen zwei Charakteren wechseln kannst. Das macht mal mehr Unterschied, mal weniger und am größten vermutlich am Ende, wenn du dich entweder für Batman entscheidest oder für Superman. Und gerade das Superman-Ende ist echt derbe totalitär. Ja, jetzt muss ich dich natürlich trotzdem fragen, auch wenn du, wie es klingt, ja beide Enden gesehen hast, Team Batman oder Team Superman? Ich denke eher Team Batman, weil was Superman da macht, ist nicht okay. Also, man kann seine Effizienz nicht anzweifeln und er tut das ja aus, sagen wir mal, seine Ziele sind ja nach wie vor relativ nobel, allerdings sind die Wege, die er dazu einschlägt, nicht mehr akzeptabel. Okay. Weil zu sagen, ja, Brainiac, seine Versklavungstechnologie, mit der er normalerweise Leichen animiert, um dann eine Armee zu haben, einfach auf bewusste Leute zu setzen, um damit das Universum von Verbrechen zu befreien. Ja. Ja. Schwierig, aber eigentlich nicht. Ja. Und natürlich untermalt mit wirklich gut inszenierten Zwischensequenzen. Wobei das das falsche Wort ist, weil das wieder über zwei Stunden im Story-Modus, also das effektiven Film mit Prügeleien dazwischen. Was auch noch sehr schön ist, die meisten Level, in denen man sich prügelt, haben verschiedene Ebenen. Wenn du entsprechend deinen Schlag auflädst, hast du am Rand auch die Möglichkeit, die Leute dann durch diese Ebenen zu prügeln. Das gibt nicht nur mal extra Schaden, ist auch noch toll animiert, sondern bringt dich dann halt in eine andere Umgebung, in der du dich weiter prügeln kannst. Das ist cool, ja. Das geht bis zu zweimal. Also wenn du irgendwie oben in dem gerade neu aufgebauten Metropolis dann unterwegs bist, dann jemanden durch den Zug durchprügelst und dann am Ende in einer Kneipe landest, wo du dann noch Bierfeste auf deinen Gegner schmeißen kannst. Großer Spaß. Cool. Ja, ist leider nicht für die Switch raus, dementsprechend. Nichts gönnt man dir. Ja, ich habe ja gestern, da werde ich jetzt nicht drüber reden, aber ich habe ja gestern Mortal Kombat 11 in Story Mode durchgespielt. Insofern kann ich zumindest diese Inszenierungsdinge von daher sozusagen querschließen. Wenn es da genauso gemacht ist, dann verstehe ich absolut, wovon du redest und war da auch sehr angetan. Ich wollte aber über etwas ganz anderes reden und zwar im Buch. Ihr mögt euch erinnern, damals vor den digitalen Medien und so gab es Bücher. William Gibson hat da mal wieder eines hingelegt und das heißt Agency. Und das ist ein Buch, das gar nicht mal so einfach zu erklären ist. Also versuche ich das mal einfach mal. Also, wir schreiben das Jahr 2017. Donald Trump hat die Wahl verloren, der Brexit hat nicht stattgefunden und in diesem Paradigma scheint die Erde trotzdem auf einen nuklearen Krieg hinzusteuern wegen Ereignissen, die gar nicht wirklich wichtig sind. Und wir begleiten die Protagonistin Verity, die von einem New Economy IT Startup angeheuert wird, um einen neuen AI Assistant, sowas wie Siri oder Alexa oder sowas, halt zu testen für die. Sie ist so eine Art, wie soll ich sagen, Software, nicht Software-Testerin im Sinne von Beta-Testen, sondern sie ist so eine, die Marktchancen evaluiert und sowas in der Art halt. Und sie macht das halt und stellt sehr schnell fest, dass hinter Eunice, wie das Ding heißt, mehr zu stecken scheint, weil Eunice ist nicht nur besser als Siri, Alexa und Co., sondern ganz offensichtlich wirklich eine KI in diesem Sinne, also würde problemlos den Turing-Test bestehen und all diese Sachen. Und mehr noch, Eunice beginnt sehr schnell sehr aktiv zu werden und rund um Verity ein Netz zu spannen aus Leuten, die jetzt offensichtlich für Verity arbeiten und Leuten, die Verity Geld geben, dass sie dann wieder anderen geben soll. Eunice koordiniert das alles und das Ganze scheint auf irgendwas hinzusteuern und du kriegst eine ganze Zeit lang nicht mit. Was? Derweil im Jahr 2100 Hasse nicht gesehen, kehren wir zu den Charakteren aus seinem vorigen Buch The Peripheral zurück. Und der Plot von The Peripheral war, dass Leute in dieser fernen, mehr oder weniger dystopischen Zukunft über ein überhaupt nicht geklärtes System in der Lage sind, alternative Vergangenheiten aufzumachen. Das sind also nicht, das ist keine wirklich Reise in die Vergangenheit, sondern das sind im Prinzip Nebenstränge, Hosen der Zeit nach Pratchett, die halt... Hosen? Ja, Pratchetts Modell sind Hosen der Zeit, also verschiedene Hosenbeine und die Kanzlerin über... Ist ja völlig egal. Und dementsprechend diese alternative 2017er Realität, wo Trump nicht Präsident geworden ist und der Brexit nicht stattgefunden hat, ist halt einer dieser Stubs, einer dieser alternativen Zeitformen. Die sind nicht minderwertiger, die beginnen halt nur ab dem Punkt erst wirklich zu existieren, wo sie sich von diesem Hauptstrang abgespalten haben. Und die viele Protagonisten, die man aus The Peripheral noch kennt, versuchen nun rückwirkend über technische Kunstgriffe in dieses Alternative 2017 einzugreifen, um da den Nuklearkrieg zu verhindern. So. Daraus entwickelt sich ein ziemlich wilder Ritt auf beiden Zeitachsen, die auch miteinander interagieren können, aber nicht unbegrenzt. Und der zu einem, wie ich fand, sehr befriedigenden Finale geführt. Was ich in dem Kontext noch interessant finde, warum ist dieses Buch, wie dieses Buch ist? Weil, als Gibson angefangen hat, dieses Buch zu schreiben, gab es nur den 2017er Strang. Da war das aber noch keine alternative Realität. Okay. Und dann wurde Trump gewählt. Und dann hat sich Gibson gedacht, scheiße, ich kann dieses Buch nicht veröffentlichen. Der Zeitgeist wird sich, und damit hat er recht gehabt, wird sich so schnell so sehr ändern, dass diese Wirklichkeit, die ich da in meinem nächstes Jahr spielenden Roman beschreibe, das werden Leute nicht mehr akzeptieren. Und dann ist ihm wohl später die Idee gekommen, dass er ja einfach eine alternative Wirklichkeit draus machen kann und das Ganze an The Peripheral ran ankert. Und damit natürlich auch sein Klischee zu erfüllen, weil er hat jetzt auch einen dritten Band angekündigt. Und William Gibson schreibt ja nichts, was nicht in Trilogien erscheint. Ah, ist das so? Es gibt die Neuromancer-Trilogie, es gibt die Bridge-Trilogie, es gibt die nicht näher benannte Trilogie aus Pattern Recognition, Spook, Country und den dritten davon, der mir gerade nicht einfällt. Und dann gibt es jetzt halt entsprechend The Peripheral Agency und wie auch immer der dritte hier von Eisenburg. Gibson schreibt Trilogien. Er scheint da nicht rauszukommen. Er hat das für sich jetzt auch selber akzeptiert. Ist das ein Buch, das man lesen sollte? Oh ja, ich finde es schon, ich finde es ein super gutes, lesenswertes, spannendes, reizvolles Buch, aber lest The Peripheral vorher. Ich glaube, das macht Dinge einfacher. Nicht einfach, aber einfacher. Und wenn ihr da noch Lust habt, die, also gerade Pattern Recognition und die beiden nachfolgenden Bücher sind sowieso meine liebsten Gibson-Dinge. Eigentlich verschlinge ich ja alles von dem Mann. Was ich aber eigentlich sagen wollte, Agency ist sehr gut geworden. Blöblich. Kommt auch irgendwann jetzt zunächst auf Deutsch, glaube ich. Ja, jetzt muss ich wieder, oder wolltest du heute wirklich eine kürzere Episode machen? Nee, nee, komm, du bist wieder. Ich habe The Witcher endlich geschaut. Ich bin da bei Sachen üblicherweise sehr spät dran und bei The Witcher ging's. Ich habe nur den vor, wann habe ich das Ding gelesen? Vor über zehn Jahren den Kurzgeschichtenband gelesen und fand den doof. Hat keinen Spaß gemacht. Habe mich also nicht weiter damit beschäftigt. Ich habe letztes Jahr The Witcher 2 auf der Xbox gespielt. War mir zu schwerfällig. Ich bin, also nach dem Tutorial, was ja etwa zwei Stunden dauert oder so, habe ich da nicht weitergespielt. So, jetzt sagen mir schon seit Jahren alle Leute, ich soll mal The Witcher 3 spielen. Habe ich noch nicht. Das heißt, meine Vorkenntnisse von The Witcher waren quasi nicht da. Jetzt bin ich an die Serie rangegangen mit nur so einem vagen Vorwissen und wurde echt toll unterhalten. Weil A, es liegt daran, dass Geralt, der gebende Hauptcharakter und Monsterjäger in dieser vage europäisch angehauchten Fantasywelt voller Rassismus und Schlamm ein Mutant ist, der mit alchemistischen Mitteln zum Mutanten gemacht wurde und dann ausgebildet Monster zu jagen, die da überall umherlaufen. Die Serie dreht sich dann darum, dass ihm die ganze Zeit Leute sagen, töte das Monster und er weigert sich eigentlich. Das trifft einen Großteil der tatsächlich Episoden zu und grunzt dabei vor allen Dingen, anstatt sich mit Leuten zu unterhalten. Ich finde, das ist ein toller Charakter. Auch von dem Superman-Darsteller, wo wir wieder beim Thema sind, also in den Superman-DC-Filmen, die jetzt momentan rumlaufen, auch wirklich gut gespielt. Es macht Spaß, dem zuzuschauen, wie er sich da durch die Gegend grunzt und genervt guckt. Die andere Sache, die ich überraschend fand und von der ich nicht wusste, dass ich es tatsächlich vermisst habe, ist das Monster der Woche-Plot. Diese Serie zieht sich nämlich komplett da durch. Wir sind ja eigentlich schon daran gewöhnt, dass eine Serie so aufgebaut ist, dass wir einen zwölfstündigen Film in einer seltsamen Dramaturgie von jeweils einer Dreiviertelstunde bis einer Stunde sehen und der am Ende dann abgeschlossen ist. The Witcher macht das tatsächlich anders, indem du halt jede Woche ein eigenes Abenteuer von Geralt, wo ihn irgendjemand verarscht, erlebst und drei Handlungsstränge immer präsentiert werden. Erst nach einer Weile wird dir auffallen, dass diese drei Handlungsstränge zeitlich voneinander getrennt sind. Und zwar mit großen Abständen. Das fällt dir nicht so auf, weil sowohl Geralt wie auch die Magierin, die dann vorkommt, die überraschend viel Zeit bekommt, aber das auch verdient, weil sowohl die Darstellerin toll ist, wie auch der ganze Charakter auch nicht altert. Und wo am wenigsten zeitlicher Abstand ist, ist mit einem Mädchen. Ja, und am Ende geht das alles ein bisschen ineinander über. Also ein bisschen ist gut. Die treffen sich. Ja, und das hat total Spaß gemacht. Also es sieht toll aus, wer jetzt irgendwie das nur auf Gewalt und Titten reduziert, verpasst glaube ich etwas, was mich an den Charakteren so fasziniert hat, weil diese Charaktere sind, ich will nicht sagen Anti-Helden, aber doch irgendwie schon sehr Getriebene. Sie versuchen ihren Platz in der Welt zu finden, auch wenn andere Leute gegen sie sind. Sie machen Fehler, einfach nur aus dem Bedürfnis geliebt zu werden oder von der Gesellschaft akzeptiert zu werden, um sich dann gegenseitig auch wieder dann zu enttäuschen. Ich fand das toll. Also es hat mir besser gefallen, als ich dachte. Ich wurde tatsächlich positiv überrascht, sowohl von der Erzählstruktur wie auch den Charakteren. Hattest du es auch schon gesehen? Ich habe es auch schon gesehen. Um gewissermaßen deine Vorrede zu wiederholen, aber zu verkehren. Ich habe alle Bücher gelesen, die Kurzgeschichtenbände wie auch die Romane, wie auch das völlig bizarre Nachgeschobene, etwas endet, etwas beginnt. Ich habe Witcher 1 und 2 nicht gespielt, aber spiele derzeit immer mal wieder Witcher 3. Ein Spiel, das ich sehr feiere. Das aber einfach unfassbar umfangreich ist und wo ich nicht immer zum Feierabend hin die Motivation und Energie habe, mich dann noch mit auseinanderzusetzen. Und ich habe halt auch die Serie gesehen und ich bin ebenfalls sehr, sehr angetan von der Serie. Ich stimme allem zu, was du sagst. Wenn du, wie ich, so tief in der Materie drin bist, dann mal davon abgesehen, dass du recht schnell einfach merkst, dass die Zeitstränge verschoben sind, weil du weißt, wo die hingehören. Es sind auch Hinweise in den Dialogen schon in der ersten Folge drin, die das relativ klar verorten. Aber das ist, glaube ich, nichts, was du mitkriegen kannst, wenn du es zum ersten Mal ohne Vorwissen siehst. Ist aber auch nicht schlimm, glaube ich. Also dein Seherlebnis belegt ja, dass das auch gut ist, wenn man sozusagen beim Gucken sich erschließt. Und ja, ich stimme zu. Ich finde die nicht alle, aber es sind ein paar wirklich, wirklich geile Kampfchoreografien drin. Also für die Leute, die aus der irgendwie Gemetzel und Hittenecke kommen. Es sind aber auch, wie gesagt, viele, viele tolle Charaktere drin. Du hast den Barden nicht erwähnt. Und ja, Barden und ich, das wird nichts mehr. Aber der ist so eine Art Sidekick von Geralt in vielen Episoden. Ja, sein Public Relations Mensch oder sowas. Ich finde, dass Toss a Coin to your Witcher ist viel, viel ohrwurmiger, als es irgendein Recht hat zu sein. Ja, aber es ist toll. Das ist doch quasi wie ein Earthstone, oder? Wo du dann versuchst, eine eigene Legende aufzubauen, obwohl Geralt das Konzept von Legendenpunkten offensichtlich nicht verstanden hat, sein Bader aber sehr wohl. Und ihm dabei dann noch hilft, ein größerer Charakter zu werden. Genau, und ein beliebterer Charakter, weil The White Wolf definitiv besser ist als The Butcher of Blaviken. Aber das, ja. Nein, also ich würde auch durchaus empfehlen, die Serie zu schauen. Das ist nicht nur so, wenn ihr Netflix habt, ist es ja eh umsonst Sache oder so, sondern das ist eine dieser Serien, die ich wirklich empfehlen würde. Ich bin da sehr angetan. Aber eben auch Fan. Apropos Fan. Ich war im Kino. Ich war relativ spontan vor, vor vorletzte Woche, nach dem Tanztraining, im letzten, wo ich noch war, waren wir noch im Kino, tief in der Nacht und wir haben gesehen The Color Out of Space, die neue Lovecraft-Verfilmung. Das läuft bei euch im Kino? Genau. Jetzt mag man sich fragen, das läuft im Kino. Ja, genau an diesem Freitag. Einmal um 22.45 Uhr. Was für Genießer. Richtig. Der kommt auch diesen Monat noch auf Blu-ray. Ich glaube, wenn diese Folge online ist, ist der vielleicht sogar schon bei den Streaming-Diensten käuflich zu erwerben. Gute Güte. Aber ja, der Dorpscher Matthias war durch Zufall darauf gestoßen, dass der da läuft. Wir haben das kurz überschlagen und mir war klar, ich schaffe das vom Tanztraining, wenn die Leute halbwegs zügig ihre Sportsachen einpacken, pünktlich noch zum Kino und dann waren wir da tatsächlich drin und ich bin sehr froh, dass wir da drin waren. Das ist ein interessanter Film geworden. Oh, interessant. Definiere das mal für mich. Ja, also, die Farbe aus dem All ist ja dieselbe Geschichte, die auch schon mal diese deutsche No-Budget, Low-Budget-Verfilmung die Farbe adaptiert hat. Und es geht um einen Farmer, in diesem Film gespielt von Nicolas Cage, der mit seiner Familie sehr abgeschieden lebt und bei dem mehr oder weniger Meteorit im Garten einschlägt. Ich vereinfache ein bisschen, aber nicht viel. Und danach passieren sehr, sehr seltsame Dinge und am Ende geht es ganz schrecklich aus. Ja, der Film transportiert die Geschichte in die Gegenwart, wo ich immer so ein bisschen skeptisch bin, was in dem Fall aber sehr gut funktioniert. Der Film macht etwas ganz Großartiges, weil Nicolas Cage ist nicht einfach Bauer, sondern der ist Alpaka-Farmer. Das ist speziell. Das ist so speziell. Aber er macht das, das blitzt den Dialogen durch, weil ihm irgendjemand gesagt hat, dieses Tier ist das Tier der Zukunft. Und als jemand, der auf dem Land groß geworden ist, kenne ich so viele Leute, die irgendeinen Unfug angebaut oder gezüchtet haben, weil ihnen irgendwer gesagt hat. Insofern großartig. Der Film ist wirklich toll inszeniert. Der ist von Richard Stanley gedreht. Ein Mann, von dem ich das Gefühl habe, dass mir total klar sein müsste, wer das ist. Ich habe vorher noch nie von dem gehört. Der hat eine Insel des Dr. Moreau-Filmen nicht fertiggestellt. Das ist alles, was ich über den weiß. Aber wirklich toll gefilmt. Die Farbe ist aus irgendeinem Grund wieder pink. Ich weiß nicht, warum die immer pink ist, aber ist auch in diesem Fall so. Weil das so verstörend und seltsam ist. Ja, aber die Art und Weise, wie es inszeniert ist, ist deutlich cooler, als ich das gedacht habe. Die Art, also diese Farbe, Mini-Spoiler, ist eine Farbe, die eigentlich in der Geschichte eine Farbe, die so in der Welt nicht vorkommt. Und die Art und Weise, wie der Film es macht, diesen Farbton, den er halt gewählt hat, der natürlich in der Wirklichkeit vorkommt, weil wir müssen es ja irgendwie zeigen. In den Film zu schleichen, immer mehr und immer mehr, ist superschön gemacht und ziemlich cool. Und es betrifft halt alle. Das betrifft irgendwie seine, also Nicolas Cage und seine Filmfrau und seine drei Kinder und noch so einen Verrückten, der in der Gegend wohnt. Und es gibt noch einen, auch bei Lovecraft vorkommenden, allerdings im Film etwas präsenteren Hydrologen, der halt die Grundwasserqualität überprüft. Und es wird halt auch bei den Filmen hinweg suggeriert, dass alles, was da passiert, vielleicht auch mit der Verseuchung des Grundwassers zusammenhängt. Und wie gesagt, der Film macht viele Dinge, die mir sehr gut gefallen haben. Auch beispielsweise, dieser Hydrologe ist halt der einzige Wissenschaftler, den die in diesem Kaff irgendwo und nirgendwo haben. Weshalb halt Leute den immer hinzurufen, wenn irgendwas wissenschaftlich komisch ist. Der ist halt Hydrologe, der hat keine Ahnung von Meteoriten, aber ist halt der Wissenschaftler. Aha, die Filmlösung. Ja, beziehungsweise so wie du, also auch da, wie ich das vom Land her kenne. Wenn du halt irgendwen hast, der ist halt ein Studierter, dann fragst du halt den, weil der hat ja studiert, dass der wirklich weiß was kann. Ist ja auch völlig egal. Und der Film geht deutlich mehr Richtung Body Horror teilweise, als ich das erwartet habe. Der hat ein paar richtig coole Effekte drin, auch Sachen drin, von denen ich vermute, ich habe es nicht rausgefunden, aber von denen ich vermute, dass es tatsächlich Animatronik-Effekte sind. Die Macher des Films waren definitiv Fans von The Thing, da bin ich mir sehr sicher. Und er hat eine gute Eskalationskurve, er beginnt relativ langsam. Nicolas Cage ist brillant darin, einen Familienvater zu spielen, der wahnsinnig wird. Das ist die Rolle, für die er geboren wurde. Auf Deutsch gibt es einen gewissen, ich will nicht sagen Disconnect, aber ich habe mir danach nochmal einen Ausschnitt auf YouTube angesehen. Auf Englisch ist es, glaube ich, deutlich homogener. Auf Deutsch hatte der Film ein paar Lacher im Kino, die, glaube ich, nicht beabsichtigt waren, weil halt einfach der arme Synchronsprecher ganz offensichtlich auch nicht ganz mitziehen konnte mit dem, was Cage da abfeuert. Gut, das wäre natürlich auch eine Herausforderung. Ist der Film was für Lovecraft-Puristen? Vermutlich nicht. Matthias Lange-Tirade nach dem Film sagt mir, nicht. Ich als jemand, der ich Lovecraft sehr schätze, aber bei weitem kein Purist bin, muss sagen, ich habe richtig viel Spaß daran gehabt. Es war ein richtig cooler Horrorfilm. Es war ein Horrorfilm von der Art, wie sie heute, wie ich finde, nicht mehr oft gemacht werden. Halt, wie gesagt, ein cooler, irgendwo zwischen Psycho-Horror und Body-Horror. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr, sehr angetan von dem Teil. Ist jetzt, wie gesagt, jeden Moment auch quasi schon im Heimkino angekommen. Insofern ist meine Hinleitung zum gesamten Medienblog vielleicht an der Stelle sogar richtig angebracht gewesen. Wenn ihr also in den nächsten Wochen irgendwann mal abends nichts zu tun habt. The Color Out of Space ist was, wo man durchaus, glaube ich, mal ein paar Euro drauf werfen kann und gut unterhalten wird. Und, auch wenn mich das vielleicht bei einigen unbeliebt macht, ich finde ihn auf jeden Fall besser als die Deutsche. Aber das sind... Ist die Deutsche denn mehr arzi? Ja, die Deutsche ist auch werketreuer und die Deutsche ist halt auch schwarz-weiß. Und ich finde, also die Deutsche ist, glaube ich, die akkuratere Verfilmung, die vielleicht richtig gut hätte werden können, wenn sie das Budget von dem hier gehabt hätte. Nebenbei, der hier war nicht teuer, der hat irgendwie sechs Millionen oder sowas gekostet, also für Filme nix. Aber ich finde einfach, von dem Filmerlebnis her gewinnt der Neue ganz klar. Okay. Gewinnen. Ja. Die bringen wir ins Ziel, die Überleitung. Wie kannst du denn noch deine Rollenspielrunde ans Ziel bringen, wenn du zu Hause interniert bist? Respekt. Respekt. Nicht schlecht. So. Ja, das ist... Also fangen wir vielleicht mal vorne an. Warum ist das überhaupt ein Problem? Ich möchte nicht derjenige sein oder wir sollten nicht diejenigen sein, die euch erklären, wie die ganze Corona-Sache funktioniert. Aber in ganz kurzen Worten. Hemmingers. Meinst du Rollenspiel an sich? Nein, ich dachte eigentlich eher die Sache mit dem Social Distancing. Also, es ist eine total tolle Idee, Abstand von Menschen zu halten. Gerade jetzt in Zeiten des Coronavirus. Weil je weniger Kontakt du mit anderen Menschen hast, die das Ding gegebenenfalls haben oder vielleicht nicht darunter leiden, es aber dennoch weitergeben können, desto geringer ist die Chance, dass du dich selbst ansteckst und du damit dann auch wieder andere ansteckst. Das heißt, die gesamten Fallzahlen bleiben unten, wenn du einfach mal zu Hause bleibst und nicht abends in die Disco gehst, was ja jetzt auch nicht mehr geht. Oder auch dich mit deiner Rollenspielrunde triffst. So, warum ist das toll, wenn sich weniger Leute angesteckt haben? Unser Gesundheitssystem kann nur eine gewisse Menge an Menschen verkraften, die eben krank sind. Danach wird es problematisch. Dann kommt es halt effektiv von hoher Auslastung zum Katastrophenfall, wenn Leute weggeschickt werden müssen, weil einfach keine Kapazitäten mehr da sind, um denen zu helfen. Ja, das können personelle Kapazitäten sein. Das können aber auch einfach technische Kapazitäten sein. Beispielsweise die Anzahl der Beatmungsmaschinen in Deutschland wie in jedem anderen Land der Welt ist relativ begrenzt, weil man normalerweise nicht super viele davon gleichzeitig braucht. Genau. Und deswegen die Ansteckungsrate einfach so lange, so weit nach hinten rauszuschieben und so stark zu verlangsamen, dass auf jeden Fall das technische Personal unter großem personellen und persönlichem Aufwand, erstmal vielen Dank an alle Leute, die in dem Bereich tätig sind, dafür sorgt, dass möglichst viele Leute überleben und es keine Folgeschäden gibt. Das ist allerdings nur möglich, wenn diese Kurve entsprechend klein gehalten wird und deswegen sollte man auf größere Veranstaltungen oder jetzt auch kleinere Veranstaltungen dann verzichten, um eben weniger Kranke zu erzeugen. Genau. Was sind Risikofaktoren? Das Ganze ist ja eine Tröpfchen-Infektionsgeschichte. Das bedeutet allgemein Husten, Niesen und sowas in der Art ist halt die größte Zerstäubungsquelle im Prinzip. Man liest unterschiedliche Zahlen, irgendwas zwischen 1,5 und 2 Meter Sicherheitsabstand, die man einhalten sollte. Denkt mal kurz darüber nach, wie man am Rollenspieltisch sitzt. Probleme sind auch Flächen, die angefasst wurden, weil der Virus relativ lange auf Flächen überleben kann, wie zum Beispiel Tische, Charakterbögen, Rollenspielbücher und Würfel. Und die ganze Sache wird schlechter durch die Raumbelüftung. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr spielt, aber meine persönliche Erfahrung über viele Rollenspiele Jahre ist, dass viele Räume, in denen gespielt wird, irgendwann riechen wie ein Pumakäfig. Und was bei der ganzen Sache vielleicht ein bisschen kontraintuitiv ist, aber auch einfach noch dazu kommt, ist, dass im Endeffekt das Infektionsrisiko kumulativ ist. Das heißt, je länger ich mich mit jemandem, der den Virus in sich trägt, in einem Raum aufhalte und all diese vorigen Faktoren zutrage kommen, desto größer ist natürlich auch das Risiko, dass irgendwann in diesem Zeitraum es zu einer Infektion kommt. Dementsprechend sind Rollenspielrunden, die ja für sich genommen auch in der Regel immer eher länger als nicht so lange dauern, nochmal doppelt und dreifach ein Problem. Oder Abiklausuren. Ja, oder alles andere, wo man länger in einem Raum ist. Aber deshalb ist zum Beispiel, sagen wir mal, eine Analogie zu Einkaufen gehen oder sowas ist einfach nicht angebracht, weil die Zeit, die du dich im Laden auffällst und die Zeit, die du dich vis-à-vis mit jemandem im Laden entsprechend auseinandersetzt, ist halt kein Vergleich zu sowas wie einer Rollenspielrunde, wo du stundenlang miteinander einen Tisch teilst. Aber Thomas, was ist denn jetzt die Lösung? Das ist eine gute Frage und ich weiß gar nicht, ob wir da eine gute Antwort haben. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Sachen, die man machen kann. Die naheliegendste Variante, und da sind wir nicht die Ersten, die jetzt irgendwie auf die Idee kommen, ist natürlich, das Ganze irgendwie nach online zu verlagern. Man kann zum Beispiel online spielen über Discord oder so. Wenn Discord funktioniert. Genau. Wir sind, Update für euch. Ich bin nicht mehr über mein iPhone mit dem Internet verbunden, sondern wieder über meine Landline. Dafür ist Discord down. Und nachdem uns das reguläre Skype besticht gelassen hat, haben wir es kurz über Facebook versucht und sind jetzt über unseren Büroaccount bei Teams miteinander im Gespräch. Sprich, die Lösung ist vielleicht nicht ganz optimal und ich gehe auch einfach davon aus, dass wenn wir jetzt alle ein, zwei Monate zu Hause sitzen, die Internetleitungen auch eher ein bisschen ächzend werden als eher nicht oder so. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja durchaus möglich, ob jetzt Discord oder Skype oder dedizierte Sachen wie Roll20. Es gibt da ja verschiedenste Möglichkeiten. So ist es. Wie viel Erfahrung hast du damit? Gar nichts. Ja, cool. Ich auch. Ja, für mich war es immer dann, wenn ich mich schon in die sozialen Zwänge eines gesellschaftlichen Treffens begebe, ist es besser, wenn ich da an dem Tisch mit anderen Leuten sitze, weil ich kenne mich. Sobald ich irgendwie eine Online-Runde hätte, würde ich ganz viele Sachen machen, die sonst nicht zu dieser Runde gehören und mich ablenken lassen. Also das mache ich ja sowieso schon, indem ich aufs Handy schaue oder so. Aber das ist doof genug. Wenn ich auch noch hier direkt an meinem Rechner sitze, in meiner eigenen Wohnung, wäre das vermutlich noch wesentlich schlimmer. Ja, ich wollte gerade sagen, als jemand, der mit dir ja häufiger schon mal abends noch Abendessen gegangen ist oder sowas, die Zeit, die du auch aufs Handy guckst, ist da. Signifikant. Ja. Und ja, das ist durchaus so ein Faktor. Ich habe ein ähnliches Dilemma tatsächlich, weil für mich Rollenspiel, natürlich, es ist all das, worüber wir im Dorbcast immer reden. Es ist das Erleben von Geschichten, es ist das Erzählen von Geschichten, es ist das Messen an Herausforderungen, es ist die Spannung, wenn die Würfel rollen. Es ist irgendwie all das. Aber für mich ist gleichzeitig ein wichtiger Teil des Hobbys eigentlich auch wirklich das Beisammensein und das Vorher- oder Nachherquatschen, die teilweise nicht dabei und irgendwie miteinander was essen und sowas. Das sind für mich alles sehr zentrale Aspekte, die für mich das Hobby auch auszeichnen. Und ich bin da sehr skeptisch, ob mir das Internet da einen guten Ersatz bieten kann. Einen Ersatz bieten kann, der gut genug ist, dass ich dann nicht stattdessen lieber einfach was anderes machen möchte in der Zeit, bis wir es wieder so machen können, wie ich möchte. Ja, aber was ist, wenn du jetzt sagst, was wäre das für dich eine Option zu sagen, wir spielen jetzt entweder drei Monate nicht oder wie lange das hier immer andauert mit dem ganzen Quatsch oder zu sagen, wir probieren mal eine Online-Runde aus. Vielleicht ist das ja etwas, was uns tatsächlich gefällt. Ich meine, meine Erfahrungswerte damit sind ja äußerst begrenzt. Das ist richtig, ja. Ich habe doch heute akut darüber nachdenken müssen, weil bereits heute zwei meiner Runden in den Raum geworfen haben, ob wir nicht irgendwie online. Vielleicht sehe ich das in Monat zwei anders. Derzeit bin ich da noch sehr unüberzeugt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in Monat zwei ein gewisser Hunger aufgekommen ist, und dass ich einfach sage, okay, komm Leute, bevor wir gar nichts machen, dann lasst uns halt entsprechend irgendwie online das mal versuchen. Wahrscheinlich haben das außer mir dann alle schon versucht und ich bin dann irgendwie the odd man out, der sich auch noch irgendwann anschließt. Aber ja, wie siehst du das? Mir fällt gerade ein, ich hatte tatsächlich mal eine Online-Runde. Wir haben D&T 4 über Google Wave gespielt. Wow. Ja, allerdings sagen wir mal, das war ein indirektes Rollenspiel, weil wir haben es auch weitestgehend als Kampf-Simulator gespielt und dann hat jeder seinen Zug gemacht und dann haben wir darauf gewartet, dass halt der nächste in der Initiative-Reihe dran kam und bis du dann irgendwann mal wieder selbst handeln konntest. Also selbst so eine Kampfrunde konnte schon mal so einen Tag dauern, weil halt jemand hat man immer wieder reingeschaut und dann gehandelt. Ah ja, per Schriftform gespielt. Effektiv, ja. Das ist sowas wie Play per Post, also wie man es aus den 90ern kennt, vor dem Internet, wo man halt Züge eingereicht hat per Post, dann hat irgendjemand das zusammengehackt auf seinem 386er, hat das ausgewertet und dann wieder an alle Beteiligten zurückgeschickt. Ja, aber damit das hier nicht alte Männer bleiben, die über Dinge reden, die sie nicht kennen, also gut, den hintere Teil, den können wir nicht ändern, aber um das Ganze positiver zu sehen, ich denke, es ist auf jeden Fall eine realistische Alternative und ich glaube, wer in die Sache einsteigen möchte, wird online, wenn er kurz danach googelt, sehr schnell sehr viel in die Richtung finden, weil das etwas ist, was viele Leute auch ohnehin schon tun, beispielsweise, das haben wir ja auch schon mal in früheren Folgen tangiert, Leute, die nicht, wie ich, in der glücklichen Situation sind, relativ viele Rollenspieler um sich herum zu haben oder die nicht in einem Rollenspielverlag arbeiten oder irgendwas in der Art, sondern die vielleicht, für die vielleicht tatsächlich die Leute online die einzigen Leute sind, mit denen sie überhaupt spielen könnten, eine Situation, in der wir uns jetzt halt alle befinden. Und insofern, ich möchte das an dieser Stelle in keiner Weise schlecht oder kleinreden, nur für mich persönlich weiß ich halt noch nicht, ob das Ganze, ob das Ganze funktioniert. Andere Situation ist natürlich A, wenn du, wie gesagt hast, Leute nicht in deiner Umgebung hast, B, aber auch, wenn du spezielle Spielvorlieben hast und nicht einfach irgendwas spielen möchtest und sagen wir mal, das Einzugsgebiet für super obskures Indie-Spiel 3, es gibt bestimmt eins, das so heißt, ist in deiner Region einfach nicht gegeben. Dann kannst du trotzdem in Deutschland vermutlich vier oder fünf Leute finden, die sich zum vorgegebenen Zeitpunkt abends dann einfinden würden, um obskures Indie-Spiel 3 zu spielen. Kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Oder auch, dass du, du hast im Studium angefangen und dann hat sich deine Gruppe eben über ganz Deutschland verstreut, du willst aber weiter mit den Leuten was tun und spielst deswegen dann online, weil ihr inzwischen hunderte von Kilometern auseinander wohnt. Ja, das, wie gesagt, das sind alles völlig, völlig nachvollziehbare und realistische Szenarien und vielleicht macht es dir ja auch einfach Spaß. Es soll ja, das soll ja jetzt nicht so klingen, als wäre das immer das kleinere Übel oder sowas in der Art. Das kann ja auch durchaus sein, dass das genau dein Ding ist. Wie gesagt, es gibt mittlerweile Tools online, die dir auch das Würfeln dann sozusagen ermöglichen, vorausgesetzt, also kann natürlich auch einfach sein, dass die Leute miteinander spielen, miteinander vertrauen und es den Leuten halt reicht, wenn die irgendwie einen Würfel klappern hören und dann sagen, zwölf wurde getroffen oder so. Es gibt ja sogar dedizierte Online-Tools, die genau das machen mit Battle-Map-Einbindung, Würfel-Einbindung, Charakterbogen-Verwaltung, Lebenspunkte-Verwaltung, also die viel von dem Mathe-Kram abnehmen, der für viele Rollenspiele dazugehört, aber auch für viele der Spieler eher nervig ist. Genau. Und du, gerade was du meintest mit der Battle-Map-Einbindung, ist natürlich auch durchaus ein ganz cooles Tool. Ich habe immer noch keine richtig perfekte Lösung für Dungeon-Pläne gefunden am Spieltisch. Also bereitest du es als Spieler davor und schneidest sie klein oder verdeckst sie teilweise oder lässt du die Spieler zeichnen und es wird ein Desaster oder zeichnest du sie selber und bist die ganze Zeit am Multitasken, weil du ja gleichzeitig auch noch irgendwie beschreiben und Stimmung machen willst und gleichzeitig noch diesen Dungeon malen musst, der da am Ende sowieso ist wie eine Ente. Und das, ja, wie gesagt, da kann das, denke ich, durchaus von profitieren. Und es ist halt auch durchaus eine gute Möglichkeit, vielleicht um jetzt Runden weiterzuführen, die man einfach so lange nicht pausieren möchte oder so. Aber es gibt halt Leute, die das auch dediziert als Hobby betreiben, anstatt sich mit Leuten zu treffen. Du siehst ja auf der Drachenzwinge und anderen deutschen Online-Team-Speaks und den Discord-Bereichen, die das tatsächlich als Hobby betreiben. Also für die ist das gar keine Abwertung gegenüber des normalen Rollenspiels, sondern das Hobby. Ja, wir haben das als Thema im Dorpcast ganz bewusst bisher nie behandelt, obwohl das jedes Jahr in den Umfragen gewünscht wird, weil wir halt, wie ihr auch merkt, eigentlich keine Ahnung haben. Aber wir fanden es halt tendenziell auf jeden Fall relevant, um es an dieser Stelle als Option anzubieten. Aber angenommen oder vorzustellen. Aber angenommen, du kommst jetzt trotzdem zu dem Punkt und sagst, nee, wir vertrauen erst mal, wir hoffen erst mal darauf, dass Ende April der Spuk zumindest so weit vorbei ist, dass man sich wieder treffen kann, guten Gewissens und rechtlich und so und alles fein. Was kann ich denn stattdessen tun, ein Rollenspiel ambitioniert, um die Zeit bis dahin rumzukriegen? Ich denke, es ist tatsächlich so eine Art geschenkte Zeit. Das nicht als Problem zu sehen, sondern als Möglichkeit. Nämlich dann zu sagen, okay, ich hatte heute Abend einen Abend verplant, aber der ist jetzt frei. Jetzt mache ich damit, anstatt jetzt irgendwie Netflix durchzubingen oder ewig lange auf Facebook rumzusurfen, nutze ich den Abend trotzdem für Rollenspiel, um endlich mal das Rollenspiel zu lesen, das ich mir vor vier Jahren gekauft habe, was seitdem, was ich mir unbedingt vornehme, was seitdem neben meinem Bett liegt, irgendwann mal zu lesen. Gute Gelegenheit, da mal loszulegen. Die Kampagne oder das Abenteuer vorzubereiten, wo dir die Idee seit Jahren im Kopf herumspukt, endlich mal niederzuschreiben. Dein Heldenmodell, dass du unbedingt mal, was du dir von der Zeit von einem Freund hast, ausdrucken lassen, endlich mal zu bemalen, damit du im Rollenspiel dann auch das Ding einsetzen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Hobby zu leben, zu zelebrieren und auch da produktiv zu sein, ohne tatsächlich mit anderen Leuten an einem Stich zu setzen. Um vielleicht die Punkte noch so ein bisschen nacheinander rauszugreifen. Also genau, das Buchlesen, das man eh immer lesen wollte, ist, glaube ich, ein magischer Punkt, weil viele, nicht alle, aber viele Rollenspieler, die ich kenne, sind halt auch so Leute, die sich Rollenspielkram zwar kaufen, aber höchstens, sagen wir mal, ein Drittel davon wirklich lesen. Ich weiß nicht, wo du dich auf der Skala einordnen würdest, aber ich habe ja... Weniger als ein Drittel. Wesentlich weniger. Habe ja schon mehrfach zu Protokoll gegeben, dass ich ohnehin für mich anerkannt habe, dass ich zwei Hobbys habe, nämlich Bücher lesen und Bücher sammeln. Das sind nicht die gleichen, ja. Ja, aber genau, das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, sich einfach mal hinzusetzen. Der Punkt, den ich aber noch interessanter finde, ist tatsächlich die Sache mit der Wunschkampagne, weil es ist ja nicht nur, das mal niederzuschreiben für die Kampagne, sondern vielleicht spukt euch eine Kampagne im Kopf rum, diese Handout intensiv wäre, wo ihr aber einfach realistisch nie dazu gekommen seid, die Handouts mal vorzubereiten. Aber wo ihr grundsätzlich einen Plan hättet, wo es nur an der Zeit fehlte. Bitte sehr, da ist sie. Ich für meinen Teil, ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich umsetzen werde, aber ich hatte tatsächlich immer mal so eine Kampagnenidee, die mehr oder weniger daraus bestünde, dass die Charaktere zu Beginn einen Schuhkarton voll plotrelevanter Props kriegen, die effektiv alle ein Plotanker sind, aus dem dann ein Abenteuer abzweigen kann. Aber was die Spieler halt mit dem haptlichen Element kombinieren können, diesen Karton voller Dinge zu haben, vielleicht sind ja irgendwo Sachen drin versteckt, wenn man sie sich richtig anschaut und so Sachen halt. Dass man wirklich ein bisschen damit spielt, dass Dinge dreidimensional und anfassbar sind und so. Das habe ich nie in die Tat umgesetzt. Zum einen, weil die Zeit fehlte und zum anderen, weil zugegenermaßen ich auch nie eine gute Idee hatte, wie man das zum Beispiel für die Dorp replizieren könnte oder sowas. Die Idee ist aus einer Zeit, als ich noch deutlich mehr alles, was ich irgendwie gemacht habe, zu Dorp-Dornouts umgearbeitet habe. Wäre vielleicht ein cooles Projekt für jetzt. Oder irgendwas mit Audio-Handouts machen oder irgendwie sich in sowas reinarbeiten. Vielleicht auch, wenn ihr jetzt endlich mal die Sachen lest, die ihr nie gelesen habt, vielleicht ist das eine gute Zeit. Vielleicht wolltet ihr immer mal Rezensionen schreiben oder Videos drüber machen oder sowas. Oder selbst mal Monsterwerte auf eurem Blog veröffentlichen oder einfach nur Abenteuerszenarien, weil man muss nicht mal ein komplett ausgearbeitetes, druckfertiges Abenteuer raushauen. So etwas wie Adventure-Seeds, Szenarien-Ideen, einfach nur ein paar Sätze mit einem Startpunkt oder eine tolle Tabelle machen, an denen Leute halt zufällig dann irgendein Element ihres Rollenspiels bereichern können. Haut es ins Internet, teilt es mit uns. Genau. Vielleicht habt ihr auch irgendwie immer mal vorgehabt, die Abenteuer eurer Kampagne irgendwie als Kurzgeschichte, als Novelle, als Roman umzusetzen. Bitte sehr. Das ist eine gute Gelegenheit dazu. Und ja, das sind alles so Ersatzhandlungen. Ich weiß, aber das ist ja auch ein bisschen Kern des Ganzen. Aber ich denke, da sind durchaus Sachen bei, wie man die Zeit halt tatsächlich gewinnbringend nutzen kann. Nichts gegen Netflix durchbingen oder irgendwie die Konsolenbibliothek endlich mal durchspielen, die man sich angesammelt hat. Auch völlig okay. Aber wie gesagt, wenn ihr was mit Rollenspiel machen wollt, aber einfach nicht die Möglichkeit habt, Rollen zu spielen, gerade aktiv, dann sind da mit Sicherheit auch noch Möglichkeiten gegeben. Was ihr aber natürlich auch tun könnt, ist das, was eigentlich laut Plan heute Thema der Folge hätte sein sollen und was wir vielleicht dann nächste Folge nochmal im Detail ansprechen können. Nämlich andere Leute spielen lassen im Sinne von Let's Plays. Vielleicht könnt ihr nicht selber spielen, aber vielleicht könnt ihr ja anderen Leuten zuschauen. Das ist inzwischen ein Riesending geworden. Wir merken ja auch, dass ein Großteil der Leute, die inzwischen neu zum Hobby kommen, das über Let's Play Videos auf Twitch oder YouTube oder sonstigen Videokanälen eben tun. Es gibt natürlich die großen, großen, großen Vorspieler von Critical Role, wo einfach trainierte und beruflich agierende Schauspieler und Voice Actor. Gibt's da für einen deutschen Namen? Nee, bei uns sind das halt immer direkt Synchronsprecher, aber das ist es ja nicht. Das ist es ja nicht. Die dann eben Rollenspielrunden spielen und das sehr überzeugend machen und dann versuchen alle Leute Critical Role nachzuahmen oder zumindest in deren Fußstapfen zu treten. Es gibt dedizierte D&D, Savage Worlds, Warhammer, Vampire und so weiter Runden, die online spielen und sich dabei filmen lassen. Und ja, für viele Leute ist das tatsächlich nicht nur eine Unterhaltungsmöglichkeit, denen beim Spielen zuzuschauen, sondern auch mit denen dann direkt zu interagieren. Ein Teil davon zu werden, indem man eben bei einem Livestream dann auch mit der Community, die sich darum bildet, dann auch interagiert und dann ihr eigenes Ding macht. Genau. Und ja, es ist nicht das Gleiche, klar. Aber vielleicht ist es ganz interessant, sich da auch ein paar Ideen zu holen. Und gerade zum Beispiel Critical Role, die du angesprochen hast und so eine Sache, die werden ja, die sind ja nicht nur sehr erfolgreich, sondern die sind die auch sehr gelobt für all das, was sie tun. Aber es ist halt auch mittlerweile unfassbar viel Material, das die rausgebracht haben. Also wenn man ganz vorne anfangen will, dann weiß ich gar nicht, ob es selbst mit Corona aufzuholen ist. Aber selbst die aktuelle Kampagne, die sie spielen, sind ja mittlerweile schon Stunden um Stunden um Stunden von Archivmaterial. Und das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, das mal aufzuholen und sich vielleicht einfach nochmal Ideen zu holen. Oder selbst hier in Deutschland. Die Kollegen haben ja eine Hexenkampagne gespielt, die ja auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und am Ende zwölf Sitzungen, also zwei Stunden jeweils gedauert hat. Ja, das ist ein intensives Charakterspiel. Ich habe mir das auch nie angeschaut, weil diese Let's Play sind für mich es halt nicht. Leuten beim Spielen zuzuschauen, verstehe ich einfach nicht den Reiz davon. Also mich holt das gar nicht ab. Aber es ist halt für viele Leute zur Abendunterhaltung geworden. Ich habe ja auch jetzt auf dem WeltenwerkerCon erstmal wieder mitbekommen, dass eine Frau so mir kam und meinte, vielen Dank für die vielen Stunden Unterhaltung mit der DSA 1 Runde. Und ich so, okay, ja, warum? Ja, aber die war sehr beliebt. Das hat sich ja letztendlich sogar noch in der Let's Play Edition von der Kaiser Retro Box niedergeschlagen. Aber mein persönlicher Tipp in die Richtung, ich bin auch kein großer Let's Play Konsument, das haben wir schon thematisiert. Und ich weiß, die Meinungen gehen da auseinander, aber Geek und Sundry haben noch eine Let's Play Reihe ins Leben gerufen. Critical Role war ja auch mal von denen, nämlich Titans Grave. Und das ist eine sehr viel produziertere Sache. Die Folgen sind halt irgendwie nur so 20, 30 Minuten, glaube ich, lang gewesen, sind stark geschnitten, sind sehr dramaturgisch durchüberarbeitet. Und insofern vielleicht keine gute Repräsentation vom Alltag am Spieltisch. Aber gerade drum irgendwie angenehmer zu gucken, finde ich persönlich. Und ja, vielleicht auch für meine Gelegenheit da mal reinzugucken und sich das mal anzuschauen, was man vielleicht einfach nie gesehen hat, weil vielleicht auch die eigene Streamzeit mit dem Format der eigenen Wahl schon ausgelastet war oder so. In die gleiche Kerbe schlägt übrigens Harmon Quest. Geleitet und entwickelt von dem Macher Harmon. Ich komme jetzt nicht mal auf den Vornamen. Das ist auch der Kopf hinter Rick and Morty. Und der leitet und kreiert halt eine Rollenspielrunde mit immer mit zwei, drei festen Spielern und einem wechselnden Stargast. Und die Abenteuer-Elemente daraus sind oftmals auch animiert. Also so als Zeichentrick dazwischen, was dann eben passiert. Das ist natürlich auch jeweils auf dieses halbstündige Format, was du eben erwähnt hast, dann auch schon mal durchproduziert und wirkt halt sehr viel anders als die normale Rollenspielrunde. Ich habe schon von dem Mercer, Matt Mercer-Effekt gehört, dass Leute sich nicht trauen, Rollenspiel zu spielen, weil sie nicht die Qualität von Critical Role erreichen würden. Oder sie wollen kein Spielleiter sein, weil eben Matt Mercer das Niveau so hoch gelegt hat, dass sie sich das einfach nicht mehr trauen. Das ist schade. Ja, das ist richtig. Und auch unnötig. Vor allen Dingen unnötig, weil es ist ja vor allen Dingen auch, glaube ich, weit von dem entfernt. Ich lege hier Worte in seinen Mund, aber ich glaube, es ist auch weit von dem entfernt, was Matthew Mercer möchte. Wahrscheinlich. Ich würde mir einfach behaupten, er macht das ja in erster Linie eher, weil er das Hobby liebt und nicht weil der Leute davon abhalten will, dieses Hobby auszuüben durch seine eigene Awesomeness oder so. Das erscheint mir als Masterplan eher unüberlegt. Ja. Ja, und dann, wir haben das gerade schon thematisiert, was man vielleicht auch in der Zeit davon noch machen kann. Und ich weiß, an diesem Punkt dehnen wir das Thema endgültig aus, aber es ist vielleicht eine gute Gelegenheit, einfach mal ein paar Sachen einzuüben oder so, die man immer mal machen wollte. Es gibt mit Sicherheit, ich habe da noch nie nachgeguckt, Online-Tutorials zum Thema Voice-Acting. So, falls man sich denkt, boah, ich würde ja auch kein Spiel leiten, aber der Matthew Mercer hat so viele Dialekte und Akzente und Stimmlagen und so, kann man üben, kann man machen, kann man mit Sicherheit online was zu finden. Oder halt viele der anderen gerade schon genannten Sachen, Prop basteln, da habe ich auch eine Videoreihe zu, oder eben auch irgendwie einen Blog einrichten, Videos streamen, all sowas. Das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, sich einfach mal Wissen anzueignen, wo man halt auch normalerweise zwischen Abendterminen und Bürojob und so einfach nicht die Zeit hat, sich da näher mit auseinanderzusetzen. Ja. Wer trotzdem spielen möchte, habe ich eben vergessen. Astral, die Online-Spiele-Plattform von DriveThru, die auch direkt die PDFs, die man gekauft hat, einbinden kann, hat in Zeiten von Corona gesagt, bis Ende April kriegen alle die Premium-Mitgliedschaft und können einfach das komplette Ding ausprobieren. Ja. Generell, es lohnt sich momentan mal ein bisschen das Internet zu schütteln. Viele Verlage hauen gerade, um Leute zu Hause zu beschäftigen, Dinge vergünstigt oder kostenlos raus. Das heißt, wer aus der Not noch ein bisschen Tugend machen will, kann auf jeden Fall noch ein paar günstige Angebote abgerasen. Ich hoffe, wenn ihr das hört, habe ich auch für Ulysses irgendwas durchschütteln können. Allerdings ist momentan so viel zu tun mit den übrig gebliebenen Leuten, dass ich noch schaue, dass ich da irgendwas hinkriege. Ja. Ja. Das Ende vom Lied ist vor allen Dingen, dass keiner irgendwas weiß. Also wir wissen genauso wenig wie der Rest der Welt, es wäre erschütternd, wenn wir diejenigen wären, die wüssten, wie das hier ausgeht. Aber die Sache ist vor allen Dingen, alles, was wir euch heute hier vorgesetzt haben, ist, wie gesagt, noch aus sehr frischer Situation und für Dorpcast-Verhältnisse sehr, sehr tagesgeschehensgebunden. Aber wir fanden es trotzdem relevant, darüber zu reden. Ich denke einfach mal, wir werden nächste Folge wieder zu einem regulären Thema zurückgefunden haben. Aber vielleicht habt ihr bis dahin ja noch weitere Ideen, gute Vorschläge, weil ihr seid mehr und vielleicht auch klüger als wir. Und habt vielleicht noch andere Ideen, wie man rollenspielbezogen die Zeit gut rumbekommen kann. Dann haut das in die Kommentare. Dann werden wir das natürlich gerne. Also zum einen kann man es dann in den Kommentaren lesen. Zum anderen werden wir es dann gerne in der nächsten Folge auch noch weiter streuen, weil auch wenn wir alle alleine hier sitzen, sitzen wir alle zusammen irgendwie da drin und werden die Zeit schon irgendwie rumkriegen, denke ich mal. Toi, toi, toi. Ja, bleibt gesund, bleibt sicher, viel Spaß beim Spielen. Genau. Und bis dahin, wir sind die Dorp. Wir sitzen auch hier rum und man findet uns unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp.de vorberichtet vor allem von Cons und Messen unter YouTube. Da kommt slash die Dorp. Wir haben Kleid sein als Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter getshirts.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de. Facebook und Twitter. Die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine Sympathie bei einem Paper Convention in der Eifel. Aber wann dies nächstes Mal stattfindet, weiß keiner momentan. Die offizielle Webseite gibt es aber auf dracon.dorp.de. Wenn wir mehr wissen, werdet ihr es da auf jeden Fall erfahren. Möglich wird das in jedem Fall alles durch eure Spenden auf Patreon. Für die sind wir sehr dankbar. Paywalls gibt es keine. Und die Infos warten auf patreon.com slash die Dorp. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe schon gesagt, ihr sollt gesund bleiben. Bleibt immer noch gesund. Tschüss. Aki und ciao ciao. Was ich an dieser Stelle noch wichtig finde zu betonen, ist, dass das, worüber wir hier reden, das höchste Maß von Erste-Welt-Problem ist, wovon wir in dem Kontext reden können. Wir sind in der glücklichen Situation, fest angestellte Mitarbeiter einer Firma zu sein und nicht zum Beispiel kulturschaffende Freelancer, die ja momentan riesige Probleme haben in irgendeiner Form. Ja, oder Selbstständige. Ich war am Samstag noch bei der Öffnung eines Tabletop-Spielebereichs, die die zwei Monate lang renoviert haben. Und ja, drei Tage später kann er das Ding für einen Monat mindestens schließen. Ja, oder Lisa, eine lose Bekannte von mir, ist studierte Zirkusartistin. Oh. Ja, das ist schwierig. Ja. Ja, alle Leute, die jetzt auf Auftragsbasis arbeiten, Problem. Insofern an dieser Stelle auch nochmal für euch, die ihr noch zuhört, wie ich hoffe. Das ist so ein bisschen das Äquivalent von Good Night and Good Luck, aber alles Gute euch auf jeden Fall. Kommt gut durch, bleibt nicht nur gesund, sondern kommt insgesamt einfach auch ganz gut durch. Und nächstes Mal in 14 Tagen auch wieder das gewohnte Maß an Eskapismus. Und nochmal Danke an alle Leute in kritischen Berufen, die uns jetzt sozusagen den Rücken freihalten. Ja, die Leute im Gesundheitswesen, die Leute, die öffentliche Ordnung aufrechterhalten, die Leute, die in Supermärkten sitzen und das weiterhin mit Kunden interagieren müssen, obwohl das Problem ja nun bekannt ist. Aber auch, ganz ehrlich, auch die Politiker, weil deren Job wollte ich derzeit auch nicht haben. Ich, wann, mir fällt kein, mein Zeitpunkt ein, wo ich den Job haben wollte. Aber gut, wir hören auf. Ja, ich, ich, ich stoppe. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt aber wie stets den Dortmunds, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im März 2020 sind das 8088 Alishara Lambert Benke Big Bear Andreas Korsten Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gänz-Dreck-Leser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Grewe Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Hungerhummel Die 100-Questen-Gesellschaft Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlen Ralf Merck Optus Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgenork Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Ollis Tiche Tobias Theissen Ulrich A. Schmidt Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow-White-Pink Sphärenmeisters Sphärenmeisters Spiele Stefan T Florian Steuri Sven Technosmerf Teichdragon Tellurian Dirk THD Stefan Urabel Marius Vogel Katharina Wagner Talian Vertimol Daniel Vloch Xeledon und Marco Zimmermann Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.